Und deshalb packen wir jetzt an. Wir packen an. Mit Mut, mit Tempo und mit Tat. Lasst uns die Arme auch krempeln. Christdemokraten haben keinen Grund zu versagen, sondern wir sind die für Optimismus und für Zuversicht. Und deshalb Bauch rein, Brust raus, Kopf hoch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir schließen mit dem Satz, so wie die Frauen und Männer. Die unsere Partei 1945 gegründet haben. Glauben auch wir an eine bessere Zukunft für alle. Wir wollen diese Zukunft gestalten. Mit Mut, mit Entschlossenheit und mit Zuversicht. Und das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.